bei den zwei zwergen brauche ich definitiv meine lesebrille herzlich willkommen bei my bonsai and koi und herzlich willkommen zu einem quick job es wird ein echter small quick job denn wir haben hier zwei zwergmispeln cotton jester kann man auch dazu sagen und wer so ein klein wenig was zu der entstehung von den beiden bäumchen hier sehen möchte 2019 strich 20 bonsai 2019 strich 20 das war das ursprüngliche video als ich sie in die gefäße reingesetzt habe das war letztes jahr im herbst ja die trotz diesen kleinen schälchen haben die sich echt super entwickelt und kriegen jetzt heute so form schnitt will ich mal nennen vielleicht so ganz kurz vorher der weiße cotton jester der soll weiter in dieser aufrechten form sich gestalten und hier im blauen töpfchen die mispel ja da will ich so ein stückchen weit richtung halb kaskade gehen und ja das werden die aufgaben in den nächsten paar minuten für mich und für euch für mich mit hörbuch für euch mit musik na dann starten wir den quick job viel spaß dabei und Musik 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 Quickjob beendet. Und das war ein filigraner Quickjob. Kleinste, feinste Schere, Pinzette hat man nicht so oft. Was habe ich gemacht? Kurzes Resümee, beziehungsweise kurz eine Erläuterung zu meinen Gedanken, beziehungsweise Schnitten. Ja, fangen wir mit dem Aufrechten an. Einfach mal wieder ein Stück in Form gebracht, in Baumform gebracht. Hier unten habe ich einen weggenommen, weil da hatte er zwei Fass gegenüber, braucht man nicht. Und so geht er jetzt hier schön nach rechts auf, während er dann hier oben der Hauptast kommt. Und darf weiter wachsen. Wird sicherlich ganz lustig. Jetzt hole ich mir den hier rüber. Ja, das soll die Halbkaskade werden, also der Schohin als Halbkaskade. Deswegen für meinen Geschmack fast schon ein Stück zu viel oder ein klein wenig zu viel Draht am Baum. Aber ich wollte diese Biegung haben. Ich habe sie auch so ein klein wenig nach hinten gezogen und dann wieder nach vorne. Ja, den großen Ast hier, da weiß ich noch nicht genau. Den lassen wir jetzt mal dran. Das ist hier so ein Gegenpol. Hier oben habe ich diesen hier auch in S-Form gedrahtet. Und auch der darf natürlich jetzt weiter wachsen. Und ganz ehrlich, mehr gibt es nicht dazu zu sehen. Ich hoffe, ich habe es wieder mal geschafft, den Quick-Jocken nochmal ein Stückchen schneller zu machen. Irgendwann komme ich vielleicht mal auf die sieben Minuten plus x Sekunden. Deswegen labere ich jetzt auch gar nicht mehr viel. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit den wirklich Zwergen, den Zwergmispeln. Und lasst mir gerne einen Daumen da. Und das war's bei My Bonsai & Koi. Quick-Jock. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich zeige ich sie euch noch kurz aus der Nähe, weil sie sind ja so klein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.